Herzlichen Dank, Erhard. In der Tat, wir wollen ein Fazit ziehen, und zwar mit den beiden, die auch schon den Eingang mit uns begleitet haben. Anja Mayer, Parlamentskorrespondentin der Taz und Michael Brücker, Chefredakteur der Rheinischen Post. Frau Mayer, jetzt ist heute nochmal an dem Leitantrag gefeilt worden, dahingehend, dass Transitionen jetzt das geeignete Mittel sein sollen. Inwieweit ist dieser Rechtsruck, der der Union jetzt von SPD beispielsweise vorgeworfen wird, richtig oder ist das nur auf dem Papier? Ich denke, das ist erstmal nur Kosmetik, was da betrieben wird. Also es wird sozusagen den Delegierten jetzt nachgegeben, der Bundesvorstand hat nochmal nachgebessert. Und damit wird jetzt erstmal allen Genüge getan und es wird ein bisschen Frieden hier in den Saal gebracht. Sehen Sie das ähnlich, Herr Brücker, weil gestern hieß es noch, hier sei ja keine Kontroverse, heute hat sie dann in Teilen doch stattgefunden. Ich sehe durchaus eine Kontroverse. Die Kanzlerin hat gestern ihre Delegierten aufgerufen, ihr müsst mir helfen. Nun haben sie geholfen. Sie haben sie nämlich zu einem Kurs gezwungen, den Angela Merkel eigentlich nie wollte. Sie wollte nicht das Vollverschleunungsverbot. Sie sieht die Transition kritisch und sie sieht eigentlich auch die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaftseinigung in der Großen Koalition kritisch. Nun haben alle drei Positionen, wurden ihr vom Parteitag aufgezwungen. Natürlich ist das ein Kursschwenk. Das heißt, wie wird das erste Gespräch mit Sigmar Gabriel aussehen in den kommenden Tagen? Der Wahlkampf ist eröffnet. Sigmar Gabriel wird sagen, was er schon gesagt hat, das erreicht den Bundestag nicht. Angela Merkel wird sagen, es wird unser Wahlkampfpapier sein. Wir sind jetzt im Wahlkampf. Natürlich wird nichts davon mehr Gesetzeskraft erlangen, aber die Positionen werden abgesteckt, die Profile werden geschärft. Und der CDU-Parteitag hat der Kanzlerin klar signalisiert, mehr Härte, mehr klare Kante in der Asyl- und Zuwanderungspolitik. Eine ganz klare Botschaft. Wir machen eine kurze Pause. Wir gehen nämlich nochmal in den Saal, weil dort kommt jetzt die Abstimmung zum Leitantrag. Enthaltungen? Ich habe beides nicht gesehen, damit einstimmig angenommen. Ich bedanke mich für die konzentrierte Beratung und gebe jetzt weiter an den Kollegen Kretschmer. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zu den weiteren Initiativanträgen. Da liegt die erste Wortmeldung vor für den Antrag 150. Das heißt, die Anträge C... Außer der Tatsache, dass wir eben schon darüber gesprochen haben, dass jetzt erstmal auf dem Papier eine Bewegung nach rechts ist. Aber was muss die Kanzlerin jetzt in den kommenden Monaten da an Taten folgen lassen? Tja, da bin ich selber gespannt, wie das jetzt ausgehen wird. Also schon allein die Forderung nach dem Ende der Doppelstaatsbürgerschaft ist eigentlich eine Aufforderung an die Kanzlerin, sich einen anderen Koalitionspartner zu suchen. Die Frage ist, wer sollte das sein? Also ich glaube, da kämen im Moment, und die sind noch nicht mal im Bundestag, die AfD nur in Frage, aus meiner Sicht. Also das alles stellt Sie vor ein Riesenproblem, finde ich, im Bezug auf Ihre Partei als Chefin dieser Partei. Thomas de Maizière hat vor der Abstimmung über die Doppelstaatsbürgerschaft, über die Optionspflicht schon davor gewarnt. Genauso Peter Tauber. Nachher hat Volker Kauder gesagt, das sind Beschlüsse des Parteitages, Wünsche der Union. Aber das kann man nicht automatisch in Gesetz fassen. Wie groß ist die Sorge, dass das jetzt richtig kracht noch in der Koalition? Oder lässt man das einfach so ausgleiten? Wir sind Mitte Dezember schon. Es geht jetzt in die Weihnachtspause. Dann kommen die Abgeordneten Mitte Januar aus den Ferien wieder. Und dann sind wir doch schon im Wahlkampf. Wir sind im NRW-Wahlkampf. Es wird nichts davon mehr gesetzt. Die Prognose wage ich mal. Aber der Parteitag hat klargemacht, Frau Bundeskanzlerin, die inhaltliche Positionierung, die werden wir Ihnen jetzt auch ein wenig aufdiktieren. Es geht hier nicht mehr um große Koalition. Wir wollen unser Profil schärfen. Übrigens egal, mit welchem Koalitionspartner dann danach etwas möglich ist oder nicht. Jetzt geht es nur noch um uns. Dieser Parteitag ging nach innen. Der ging in die Selbstgewisserung einer konservativen Seele. Und das ist durch den Parteitag auch teilweise jetzt erfolgt. Ob man inhaltlich da jetzt mit einher geht oder nicht. Aber das ist erfolgt. Die Merkel muss jetzt etwas machen, was sie selber so nicht wollte. Das nennt man dann wohl Profilschärfe. Damit wächst eine Koalition mit den Grünen beispielsweise, wie es ja durchaus sich viele vorstellen können. Inklusive Volker Bouffier hat er uns auch gesagt, ja in weite Ferne. Ja, aber die Grünen haben auch eine Vermögensteuer beschlossen. Und die wollen Korrekturen an der Erbschaftssteuer. Das haben sie ja auch gemacht. Obwohl sie ahnen, dass eventuell in Koalitionsverhandlungen mit der Union diese nicht durchgesetzt werden können. Jeder achtet jetzt auf seine Klientel, seine Wähler, seine Botschaften. Und dann wird neu gewürfelt nach der Wahl. Aber so war es doch immer. Ja, aber das klingt doch danach, als würde der Wahlkampf schon noch eine Spur anders werden. Und durchaus auch eine Spur härter. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, dass dieser Parteitag gezeigt hat, dass sich hier die Delegierten von ihrer Vorsitzenden entfernen. Trotz fast 90 Prozent. Ja gut, das ist ein freundliches Ergebnis. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, 90 Prozent sind richtig viel. Eigentlich angesichts der Situation innerhalb der Partei, in der globalen Situation und im Land ist das ein gutes Ergebnis für Angela Merkel. Trotzdem, inhaltlich distanzieren sich hier gerade, wir können das hier gerade im Hintergrund beobachten, die Delegierten von ihrer Vorsitzenden. Und Angela Merkel kommt unter Zugzwang. Sie wollte die innere Sicherheit, die Flüchtlingspolitik nicht als Wahlkampfthema. Jetzt kommen wir aber nicht mehr drum herum, oder? Genau, nein, da kommen wir jetzt nicht mehr drum herum. Das haben jetzt die Delegierten ihrer Vorsitzenden aufgedrückt. Ja, aber ist das nicht vielleicht auch eine Chance für die Union? Ja, ich muss mal eins sagen. Die Ereignisse, die in diesem Land ja auch passieren, zwingen das Thema immer wieder aufs Tapet. Schauen Sie sich an, was in Bochum passiert und was in Freiburg passiert. Wir sind alle der Meinung, das sind Einzelfälle. Man muss aufpassen, dass man jetzt nicht pauschalisiert Flüchtlinge unter Generalverdacht stellt. Aber die Leute diskutieren darüber. Das Thema innere Sicherheit ist längst da. Natürlich muss dann die vermeintliche Rechtsstaatpartei CDU, die immer gesagt hat, innere Sicherheit ist unser Kernkompetenz, auch darauf Antworten geben. Aus Binnensicht der CDU ist das nur logisch. Und das Thema ist da. Jetzt muss es Merkel auch zu ihrem machen, wenn sie gewinnen will. In den vergangenen Wochen haben offensichtlich sehr viele konservative Wähler, die aber bei anderen Parteien waren. Oder sagen wir mal bürgerliche Wähler, die aber unter dem Schnitt die Grünen gewählt haben, gesagt, jetzt unterstütze ich die Kanzlerin eben auch für die Flüchtlingspolitik. Was wird jetzt aus denen? Die sind verloren und man versucht das Reservoir dann bei der AfD abzuholen? Naja, es gibt das eine, das ist der Parteitag, das andere ist die Realpolitik. Jetzt schauen wir mal, wie die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende nach diesem Parteitag agiert. Ich meine, sie ist ja auch weiter im tagespolitischen Geschäft. Und jeden Tag geeignen sich neue Dinge in diesem Land, werden neu diskutiert und daran wird man sie messen. Und das ist noch lange, lange hin bis Mitte September, bis zur Wahl. Ich würde mal eins sagen, Leander Hausmann hat sich ja neulich geäußert. Einer dieser aus der Kultur- und Kreativsinn, die gesagt haben, erstmals könnte ich mir in meinem Leben vorstellen, CDU zu wählen. Natürlich wird der bei den Beschlüssen wieder Zweifeln an. Aber das kann ja nicht das Ziel der CDU sein. Die haben 2013 fast die absolute Mehrheit erreicht, ohne die Flüchtlingspolitik, ohne diesen liberalen Anstrich, den sie sich jetzt letztes Jahr gegeben hat, die Kanzlerin ihrer Partei. Die gehen zurück auf ihre Kernklientel. Das ist Mobilisierung im Wahlkampf. Aber es wird einen Lagerwahlkampf geben und trotzdem prognose am Tag X nach der Bundestagswahl sitzen sie alle zusammen und räumen ihre eigenen Positionen ab, um koordinieren zu können. Das heißt, blicken wir nochmal auf die Parteivorsitzende selbst. Jetzt ist sie wiedergewählt. Jetzt geht sie mit 89,5 Prozent gestärkt oder eben auch mit leichtem Dämpfer gestärkt. Was nimmt sie ansonsten mit von hier? Ist das wieder eine Partei, in der diskutiert wird? So wie der heutige Tag es gezeigt hat oder eher doch wieder weniger und man ist mehr auf Harmonie bedacht. Sehen wir das Wahlergebnis für Jens Spahn, 70 Prozent, ein bisschen mehr. Das ist und er hat sich eingemischt. Er hat jetzt heute auch dafür mit Sicherheit mit dazu geführt, dass die doppelte Staatsbürgerschaft, die Optionspflicht wieder kommen soll. Wird hier wieder diskutiert oder doch eher weniger? Also heute, das ist ein gutes Ereignis für diese Partei. Ich finde, sie sollte viel mehr diskutieren. Das hat sie hier auch wirklich getan. Die Position von Jens Spahn ist nun auch eine sehr machtbewusste Position. Der polarisiert sehr stark. Aber genau das braucht diese Partei. Auch Leute, die sich profilieren, die auch mal einen Kontrapunkt setzen zur Vorsitzenden. Insofern gut so. Diese Partei sollte endlich wieder stärker ins Gespräch kommen und das auch nach außen tragen. Viele Kollegen von der Ausländischen Presse, ganz kurz noch Michael Brücker, hatten geschrieben, das ist die alte Merkel, aber keine neuen Ideen, keine Zündenidee, kein Thema. Hat sich das vielleicht heute ein Stück weit geändert? Ich finde das übrigens, dass die Rechte haben. Die ersten 60 Minuten der Rede von der Bundeskanzlerin Merkel waren nichts Neues. Da war keine Vision für morgen, wie Deutschland sicher und so gewinnt. Aber die Frage ist, ob die Wähler was Neues wollen. Ja, das ist die Frage. Und Angela Merkel hat sich entschieden, wollen sie nicht. Aber sie muss die Partei hinter sich scharren. Und das war die einzige Botschaft, die ihrer Rede war. Ich habe verstanden. Ja, ich weiß, ihr tickt anders. Ich habe euch viel zugemutet. Und jetzt lasst uns überlegen, wie wir das gemeinsam gewuppt kriegen. Aber die große Vision für die nächsten vier Jahre im Bund hat Angela Merkel gestern hier auch nicht skizziert. Aber die Partei ist wieder diskussionsfreudiger geworden? Also ein Kanzlerwahlverein will sie nicht mehr sein. Das ist auch eine Botschaft der veränderten Leitanträger heute. Und trotzdem scharen sie sich ein letztes Mal um die Kanzlerin, weil sie eben wirklich im Moment ohne eine echte Alternative in der Führungsspitze der CDU sind. Aber sie haben auch klar signalisiert, wir sind kein Kanzlerwahlverein alleine mehr. Wir wollen die Inhalte mitdiskutieren. Ein letzter Satz noch zur Optionspflicht bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Das war ja ganz knapp das Ergebnis. Jetzt 51 Prozent gleichwohl haben. Sind viele wohl der Meinung, dass man durchaus verlangen könnte, ab 18 sich dann zu entscheiden. Das spricht offensichtlich ja auch aus der Seele vieler Bürger, die so ein Bedürfnis nach zumindest Veränderungen in dem Sinne haben. Wo wird das in öffentlichen Diskussionen hinlaufen? Naja, das spricht zuallererst mal aus der Seele der CDU-Delegierten. Also ich halte das für einen schweren Rückschlag. Für die Integration wirklich? Ich glaube, dass die CDU hier einen großen Fehler gemacht hat, weil sie nämlich genau die Leute, die sie an sich herangezogen hat, auch mit der Mitgliederinitiative aus dem Konrad-Adenauer-Haus, mehr Zuwanderer, mehr Junge, mehr Frauen, ein Teil von denen wird jetzt wieder zurückgestoßen. Ein schwerer Fehler, glaube ich. Da haben Sie, ich sehe es ehrlich gesagt ein Stück weit anders. Ich sehe es auch etwas anders. Man kann von einem 18-Jährigen durchaus erwarten, dass er sich entscheidet. Und es gibt ja auch positive Beispiele, die eine Entscheidung für die Staatsbürgerschaft auch zur Integration geführt haben. Also das ist kein dramatischer Beschluss. Da wurde jetzt auch nicht die Staatsbürgerschaft endgültig gekippt für diejenigen, die unter 18 sind. Also man muss mal, das war ein Kompromiss in der großen Koalition. Die CDU hat gesagt, wir wollen aber mal demonstrieren, wo wir da stehen. Das ist völlig legitim. Das ist auch kein Rückschlag in der Integrationspolitik, meiner Meinung nach. Okay. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Anja Mayer, Michael Bröker. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall dann doch noch größere Veränderungen bei diesem Parteitag. Am zweiten Tag, was zumindest die Thematik angeht. Und was der Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende jetzt mit auf den Weg gegangen wird. Wir befinden uns in den letzten Minuten der Antragsdebatte und alles weitere von Erdschärfer.